Ok, Planänderung. Ja, genau. Uns ist gerade aufgefallen, hinter uns muss noch ein Gegner sein. Da oben auf der Karte. Den wollen wir uns erstmal... Stopp, stopp, ich hab ihn. Ich glaub, ich hab jemand. Ah ja, da unten rennt er. Ja, ich seh ihn auch, ja. Das wird er wohl sein. Ich geh mal zu dem Felsen. Ja, ich glaub, das ist er auch. Ja, 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 macht Sinn. Ich werd mich hier von Felsen zu Felsen tasten, oder? Ich guck mal, ob wir den irgendwie leise kriegen. Weil der hat sich gerade hingesetzt. Ja, der setzt sich hin. Bleib mal hier am Felsen dran. Gib den mit Deckung. Ja. Wir versuchen die ja jetzt alle leise zu holen, weil wir möchten ja einmal zumindest nicht so eine Panik verbreiten. Ja, so, ich werd den hier mit... Man hätte von da oben runtergemusst, den leise zu holen. Ja, komm dann bitte zurück. Ne, ne, wir machen das jetzt. Der steht auf. Der steht auf. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, aber er geht nach vorne. Vielleicht kann man ihn da... Ich geh mal ins Gebüsch. Ja, Gebüsch ist gut. Vorsicht, der könnte sich jeden Moment umdrehen. Jawoll. Sehr schön, Herr Hoxen. Sehr schön. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ich bringe den mal mit. Ja, war da noch was? Vielleicht ein Brief am... Du kannst mal gucken. Ja, mach ich auch. Vorher gucke ich aber, ob da hinten noch was zu sehen ist. Lagerhaus untersuchen. Da haben wir das nächste Objekt. Ja, das ist die Frage. Hier sind auch noch welche. Hier müssen auch noch welche sein. Ja, da oben am LKW sind noch welche. Aber es sind noch mehrere. Irgendwo müssen noch mehr sein. Hier liegt eine Aktentasche. Das Lagerhaus müssen wir untersuchen auf jeden Fall. Aha, Stielhandgranate. Eine Handgranate mit Stiel. Also... Also eine Stielhandgranate. Eine sehr gute Handgranate. Die hat Charisma. Zum Beispiel sagt man auch, wer... Jeder, der den Soldat James Ryan gesehen hat, weiß, was es bedeutet, was eine Haftgranate ist. Jawohl. Eine Granate, die haftet. Ja, eine Haftgranate. Jawohl. Da ist einer. Da muss aber noch ein zweiter sein. Die Frage ist nur... Leute, Leute, Leute. Was... Boah, ey. Da ist der Zweite. Einiges markieren, bitte. Hab ich. Da geht's hoch. Das sind die zwei, die da rumlaufen. Wir könnten hier von Deckung zu Deckung im Gebüsch marschieren und die dann eben eliminieren und dann ins Gebüsch auch wieder verpacken. Halten sie davon. Das hört sich schon mal nach dem Plan an. Aber wir rutschen wie jetzt nicht vom... vom eigentlichen Plan, den wir... Ja, genau. Wir gehen eigentlich jetzt links runter, ne? Ja, wir wollten rechts rüber gehen, ne? Wir schauen nochmal auf der Karte. Wir wollten eigentlich rechts rum gehen. Ja, das stimmt. Aber... Guck mal, wenn du mal die Karte öffnest, ne? Ja, hab ich. Und wir würden rechts rum... Ich hab ja alles markiert. Ja. Ja, da markiert die feindlichen Fallen. Dann kommen wir da unten raus. Da ist noch Infanterie. Da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Dann können wir die leise wegholen. Ja. Und da fährt auch noch... Da ist auch noch Infanterie. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Weil ich bin mir eher sicher, wir gehen den Weg, den wir jetzt gerade vorhatten. Rechts rum? Ja, wir gehen jetzt links rum. Da, wo wir gerade sind. Wir holen jetzt die beiden weg. Dann ist da hinten noch einer. Da ist noch ein Fahrzeug. Ja. Die Fahrzeuge zerstören wir zum Schluss. Ja, das machen wir ganz zum Schluss, genau. Weil ich glaub, das ist wohl der bessere Weg. Ja, gut. Machen wir das so, Herr Ochsen. Okay, dann los. Wir gehen da lang, weil das... Ich glaub, das macht wohl eher Sinn. Jetzt sitzt der Auto. Können wir nicht hier lang? Hier so rum? Dann vermerkt uns doch keiner. Könnten wir theoretisch. Ja, wir machen das auch immer. Ich werde immer mal nach oben gucken, Freunde. Auch, ob hier irgendwo der Adler sitzt. Ja, ja, du... Guck du mal nach dem Adler. Ich gehe nochmal hier... Ich gehe nochmal hier nach oben. Ich will nochmal wissen, was hier oben war. Das Problem ist halt, es ist eine Nachtmission und dann ist es sehr schwer. Aber ich denke mal, an den Hauptstellen am Güterbahnhof wird irgendwo was sein. Wo sind sie jetzt eigentlich? Ich habe irgendwie... Ich bin nach oben. Kommen Sie mal hier hoch. Ach so, da oben. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass hier oben auch noch was ist. Okay, Vorsicht. Die Wachen bewegen sich. Naja, ich bin hier oben. Hier sieht mich keiner. Komm mal hoch. Leise, leise, leise. Der kommt hier hoch. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Scheiße, scheiße. Der ist hinter mir. Na, der ist so schlimm ist halt nicht. Ich guck mal, ob man... Wahnsinn, ich schmeiß mal einen Stein. Ja, ich mach schon, ich mach schon. Ja. Ich schmeiß mal einen Stein hier runter. Wie schmeißt man den nochmal? Mit F, warte, ich mach schon. Ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Ne, das nützt nichts. Ich muss den mal ein bisschen näher ran locken. Ah, jetzt hat geklappt. Okay. Das heißt, die kommen beide, ne? Ja, ist doch gut. Die sollen hier hochkommen. Er kommt. Der muss auf jeden Fall hier hochkommen. Er kommt. Moment, da war ein Geräusch. Na, komm hoch. Ja, komm. Komm schon. Komm, du hast ne Waffe, mein Freund. Du wirst mit Sicherheit mutiger. Jetzt kommt er da hin. Jetzt schmeiß ich da noch einen hin. Damit der schön hinter uns ist. Aha. Und dann kriegt er halt voll die Birne. Wird sie leise holen. Na, komm schon hoch. Schön verstecken. Ja, ich bin schon da. Ziel auf seinen Kopf, wenn der oben ist. Falls das in die Hose geht. Ach, fuck. Fuck ab. Fuck. Ey, wie viele Schüsse brauchen wir? Was ist denn mit denen los? Boah. Wie viele Schüsse braucht der denn jetzt? Da kommt noch einer. Wo denn? Miri. Ja, ich sehe den nicht. Markieren mal. Ja, der ist schon tot jetzt. Okay. Geh mal da runter ins Gebüsch, ist der. Da kommt noch jemand. Ja, ich sehe ihn. Fuck, ey. Die trifft. Da schießt noch einer von rechts. Wir müssen die Leichen durchsuchen. Ja, warte. Da ist noch einer rechts. Oder hat er den schon? Ja, der andere schießt auch schon. Oh. Das wollte ich gar nicht. Ich habe eigentlich auf den Typen geschossen. Verdammt. Na super. So viel zum Thema. Wir machen eine leise Mission. Das war jetzt aber nicht beabsichtigt, Freunde. Ich hoffe, die beruhigen sich wieder. Ja, doch komm hier ins Gebüsch. Ja, da unten rennt einer. Wer schießt denn da wieder? Meine Güte. Hier sieht man gar nichts. Und gut, dass sie mich hier beihaben. Ja. Von oben? Warum sind denn da so viele? Ich habe da nur zwei markiert an der Stelle. Ach, die kommen da alle raus, ne? So, ich gehe mal ein bisschen näher. Oh, da oben ist auch noch einer. Warte mal. Ich gucke mal, ob ich die hier und die kriege. Eins. Aua. Aua, 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 bei mir auch. Aua, 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 ich gehe mal nach oben. Alter. Ich gehe erst mal hier weg, ey. Verdammt, ey. Ja, ich weiß, du verblutest, aber ich muss mich jetzt hier erst mal ein bisschen verpeilen. So. So, jetzt machen wir das mal richtig. Ah, das Dumme ist, nur durch diese geschieht, weil wir dann die Leichen nicht mehr finden. Kriegen wir die ganzen Briefe nicht. Abwarten, sie machen schon wieder Stress. Oh, was ist da jetzt los? Ich bin tot. Ach so, so schnell? Ja, warte, die Sekunden laufen ja ab, ne? Ja, okay. Kontrollpunkt neu starten. Dann machen wir das, ähm... Nochmal von Anfang. Ganz von Anfang? Ja, das hat doch nicht gespeichert. Ganz alles? Nein, 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 nicht ganz von Anfang. Nachdem sie uns angegriffen haben. Die sind schon in Action. So, wir gehen jetzt hoch und verstecken uns. Ja, kommen sie. Schätze, ich hab alles eingesammelt. Bis sie das wieder beruhigt hat hier. Ganz hoch, ne? Ja, können wir auch. Ja, da sind zwei, die kommen jetzt hier hin. Da kommt einer, Vorsicht. Ja, da müssen wir die wegmachen. Ja, nur ich hab wieder das Gefühl, das hat wieder nicht funktioniert, dass wir nicht wieder alles finden. Denken Sie da jetzt nicht drüber nach, bitte. Da muss ich aber. Wir finden immer das, was wir alles finden sollen. So. Was war das jetzt? Ich hab die Lampe ausgeschossen. Das war aber scheiße. Nein, das war gut. Hier ist doch niemand. Ist doch gelb wieder alles. Mann. Der hat aber gerufen. Ja, ist doch nicht schlimm, wenn er gerufen hat. Such ihn! Ja, natürlich such ihn nicht. Komm hoch, komm. Komm hoch. Der kommt aber nicht. Warte, ich mach mal was. Komm, ich schmeiß mal ein Steinchen. Komm mal her. Ah, da ist er. Ich glaub, ich bräuchte das mal wieder ab mit dem Steinchen. Der ist, der rennt hier oben hoch. Siehst du das? Ja, ich seh das. Mit dem Fragezeichen. Ja. Vorsicht, der kommt um die Ecke. Komm schon. Noch einen. Der ist doch tot. Nee, der lebt noch. Der ist tot. Jetzt ist er tot. Also irgendwas stimmt mit der Synchronisation mal wieder nicht. Ja, der lag aber noch am Boden. Nein, bei mir war der tot sofort. Mit dem ersten Schuss. Wo man den anderen an? So, der kommt. Vorsicht. Jetzt nur noch der eine. Hinter dir. Ja, der kommt jetzt hoch. Ja, ich seh ihn. Boah, ich brauch drei Schüsse, um den kurz zu schützen. Ja, du triffst auch nicht richtig. Ich hab genau den Kopf, aber wahrscheinlich seinen Stadion getroffen hat. Hast du ihn durchsucht? Bin dabei. Das hier wird sehr netzlich sein. Alles klar. Okay, puh, Leute. Puh, das war jetzt ein bisschen Action, was wir eigentlich gar nicht wollten. Nein, kommt eigentlich. Das kommt eigentlich immer davon, wenn man einen anderen Weg geht, den man eigentlich gar nicht will. Ja. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Kriege ich den da hin, aber dann ist mir zu gefährlich. Ich kann den auch durchsuchen. Warte mal. Warte mal. Warum kann ich den auch durchsuchen? Kannst du den da oben auch durchsuchen, den da unten um die Ecke liegt? Ich nehme den erstmal hier weg. Guck mal, hier liegt auch noch einer. Guck mal, ob du den auch durchsuchen kannst. Ja, warte. Ach so, eh, halt noch. Weil da unten liegen ja auch noch ein paar Leichen rum. Alles klar. Guck mal eben. Ja, ich komme mal. Warte. Vielleicht ganz so. Ja, kann nicht auch. Ja, dann mach das mal bitte. Jetzt kann ich es nicht. Gerade konnte ich es, aber der hat nur Waffen genommen. Okay, dann hat sich das wohl erledigt. Dann hat der sonst nichts. Oh, wir haben Besuch im TS. Hallo. Wir haben Besuch im TS, okay. Oh, scheiße, ich habe den gar nicht rübergezogen auf den anderen Schirm. Jetzt ist der Besuch wieder weg. Ah, okay. Dann ahne ich schon, wer das war. Genau. HF! Okay. Komm, wir gehen jetzt hier runter. Wir gehen jetzt den Weg, weil da unten liegen auch noch ein paar rum. Wir gehen mal gucken. Da soll welche rumliegen? Ja, hier liegen auch noch welche. Komm her. Mann, die haben doch hier weggemacht. Da hinten liegt auch noch einer im Gebüsch. Ach, ja, da unten, ne. Hier gucken wir, ob du den auch noch durchsuchen kannst. Und dann nehme ich mit. Den kann ich nicht. Ich kann nur aufnehmen. Soll ich ihn aufnehmen? Nein, lass ihn da liegen. Hier müsste auch noch irgendwo einer liegen. Ja, für's dann denn. Ich muss mal eben ins Gebüsch. Ah, warte mal, da oben ist noch einer. Den habe ich nicht markiert. Ich guck mal eben. Wo ist er denn? Da oben. Ah ja, genau, der. Der war doch auch noch einer, ne? Oder haben wir... Das hat schon vorbei gedacht. Okay. Ich weiß nicht, ob das... Ah, hier doch. Hier liegen noch welche. Die kann man durchsuchen. Ja, passen Sie auf, da steht einer am Tor, ne? Ja, das macht nichts. Doch, das macht sehr wohl was. Der kommt nämlich jetzt in unsere Richtung. Ja, dann schießen sie auf. Oh. Oh. Sonst ist nichts mehr zu finden. Ja, einen operativen, habe ich gefunden. Ja, das ist schon mal gut. Also sind jetzt ist er doch bei den Leichen dann dabei. Ich schnappe mir den ersten Mal hier. Denken Sie an den da oben, ne? Ich kann die Leiche nicht aufheben. Das gibt's doch gar nicht. Ich bringe den mal weg. Guck mal, ob ich den hier auch durchsuchen kann. Schmeiß den mal hier rein. Einmal. Boah, da sind aber viele in dem Bereich, ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass wir da reingehen. Da ist noch einer. Halt den mal im Auge. Scheiße, scheiße, der ist weg. 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 Der kommt jetzt hier hoch. Wer kommt hier hoch? Muss man ihm die Leiche wegbringen? Alter, wer kommt hier hoch? Machen wir doch keine Panik hier. So, die beiden Kameraden liegen da. So, einer muss noch hier hinter sein, Freunde. Den habe ich gerade kurz einen Moment gesehen. Da warten wir mal eben, bis wir den markieren können, damit wir den auch im Auge haben. Da war er. Ah, jetzt habe ich ihn. Okay. Ich glaube, den Weg gehen wir hier nicht. Ne, ich glaube auch nicht. Da sind zu viele. Den lassen wir lieber rüberkommen. Ähm, dann gehen wir unseren Weg, den wir vorhatten mit den Vermienten, wa? Kleinen Moment, bitte. Da ist auch noch jemand. Okay. Guck auch noch mal alles ab, vor allen Dingen gucke ich nach Adlern. Ein Wetterhahn, oh, jetzt habe ich schon gedacht, da wäre er. Ein Wetterhahn, ein Wetterhahn. Der harnte mal ein Wetter nach. Äh, und Tauben, Tauben. Bis Täubchens. Carlo di Lorino. Ah, das ist die Werft, okay. Ja, wir gehen von rechts runter. Hier ist zu viel Action. Ja, ja, wir gehen wieder, äh, wir gehen wieder hier hoch. Den Weg, den wir gekommen sind. Doch ein bisschen zu viel Action, ja. Ist ein bisschen zu viel. Ja, wir gehen mal hier lang, den Weg, den wir gekommen sind. Ach so, den wir gekommen sind, okay. Weil der ist mir ein bisschen zu heftig. Ich weiß nicht, ob wir das Licht ausschalten sollten. Nein, lieber nicht. Lassen das erstmal alles so, wie es war. Die Frage ist jetzt, ob wir jetzt den vermienten Weg da weiterlaufen. Ja, klar gehen wir den vermienten Weg. Und dann legen wir neue Minen. So viele Minen hast du ja nicht. Du kannst sie aufheben und dann, wenn wir da durch sind, wieder hinlegen. Ja, aber dann reagieren die nicht auf uns. Das ist es. Minen. Minen. Wenn wir da drauf treten, sind wir tot. Ach. Ist das nicht bei jeder Mine so? Ja, aber wir eine... Wahnsinn! Da hinten ist noch eine Stolpermine. Ich guck mal, ob ich die jetzt entschärfen kann. Ja, kann ich. Sauber. Super. Der Weg ist frei. Kommen sie. Ja, ich komme. Sie gehen jetzt und ich lege die wieder ab. Ja. Ich lege die hier wieder hin. Verstanden? Ja. Okay. Ich züge die Mine aus. Und lege die hier wieder ab. Verstanden. So, jetzt ist die nämlich blau, Leute. Ja. Ihr seht, daran sieht man jetzt, dass das unsere ist. Genau. Und jetzt kannst du die nächste Mine da mal entschärfen, weil bei mir reagiert irgendwie nicht. Ich werde die aber trotzdem nochmal markieren. Die muss man markieren. Verstanden. So, ich nehme mal hier die Stolpermine ist entschärft. Ja, letztlich sein. Jawohl. Ich gehe durch. Oh, warte mal. Da rennt einer. Alter, jetzt ist der genau unter dem Stein. So ein Mist, ey. Soll ich hier eine Mine hinlegen? Warte noch. Warte noch. Oder Stolpermine. Warte noch. Warte, keine Bewegung erst mal. Wir sind eigentlich zu sichtbar. Da hinten ist auch einer. Mach dir denn doch. So. Bin dabei. So, alles gut. Ich weiß nur nicht, ob da noch ein zweiter ist. Scheiß drauf. Da ist kein zweiter, das ist nur der eine. Okay. Nee, ich tue mal eine Stolpermine, wenn du kannst. Hab ich denn sowas? Warte, ich guck mal. Aber normale Warte. Ich habe nur eine andere Mine. Ja, da mache ich die Stolpermine eben. Warte mal, wo ist sie da? Ich habe zwei. Ich werde die jetzt mal setzen, hier die Stolpermine. So, die Tellermine ist entschärft. So, Stolpermine ist gesetzt. Ja, vielleicht reicht das auch. Wir brauchen ja nicht hier, wer weiß wie viele Minen. Ich glaube, das reicht schon. Und die musst du auch wieder mit dem Dings markieren. Ach so. Damit du weißt, wo die sind. Okay, verstanden. Was ist mit dem Licht hier oben? Sollen wir das ausschalten? Warte, der kommt wieder. Okay. Da sind zwei, ne? Der eine bleibt da hinten. Der kommt wieder. Ja, da ist ein Gebüsch. Vielleicht kannst du dir den dann gleich holen. Du bist ja der Schleicher der Nation. Ja, ich muss aber erst noch die Mine hier wegmachen. Ja, ob er das schafft, die Mine wegzumachen und ob wir es schaffen, diesen Typen da zu erledigen? Das sehen wir beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.